Als das Kinderkrankenhaus in Weißensee vor über zehn Jahren verkauft werden sollte, habe ich mich gegen den Verkauf an den unseriösen Investor gewehrt. Leider konnte ich das nicht verhindern. Heute sieht das Objekt fürchterlich aus. Ich unterstütze daher die Bedürfung des Landes Berlin, das Grundschutz zurückzuholen. Ich finde aber, es muss hier dringend etwas passieren. Das Gelände muss wieder in Ordnung gebracht werden.